Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde von der Republikanischen Partei, liebe Journalisten und auch, mein Gruß gilt auch den Experten, die diese Konferenz mit ihren Beiträgen auch bereichern werden. Ich freue mich sehr, die Gelegenheit zu haben. Es ist für mich eine große Ehre, eine solche Konferenz eröffnen zu dürfen. Ich möchte gleich ganz am Anfang sagen, wir als Konrad-Adenauer-Stiftung, wir haben sehr, sehr viele Aufgaben in Armenien. Wir organisieren eine ganze Menge von Aktivitäten und unsere Zusammenarbeit mit der Republikanischen Partei ist ein Teil dieser vielfältigen Aktivitäten, aber es ist ein ganz besonderer Teil. Als Konrad-Adenauer-Stiftung arbeiten wir mit unterschiedlichsten Institutionen in Armenien zusammen und zuweilen auch mit anderen politischen Parteien in einzelnen Aktivitäten. Gerade heute früh haben wir hier eine Veranstaltung eröffnet zur Förderung von Frauen im öffentlichen politischen Diskurs mit Vertreterinnen von verschiedenen Parteien, aber eben auch mit Vertreteren von Institutionen der Zivilgesellschaft. Wir haben sich jetzt hier mit einem anderen Weg vor der Zivilgesellschaft, die in einem anderen Bildungsstunden, die in einem großen Einstern, die in einer Kunde oder einer anderen Kunde, die in einer Kunde, die in einem anderen Bildung von Einstern, die in einem anderen Bildung, die in einem Kunde. Aber als Mitglied der EVP-Familie ist natürlich die Republikanische Partei der Republik Armenien für uns ein besonderer Partner. Und wir als KAS, wir haben in den letzten Jahren an ihrer Seite gestanden. Wir tun es jetzt und ich möchte Ihnen versprechen, die Konrad-Adenauer-Stiftung wird auch in Zukunft fest an ihrer Seite stehen. Und ich möchte dazu sagen, dass es für uns als Konrad-Adenauer-Stiftung gerade in den letzten Jahren und insbesondere auch in den letzten Monaten sehr darauf angekommen ist, nicht nur Aktivitäten im Land, in der Republik Armenien durchzuführen, sondern dass wir es als eine besondere Aufgabe auch ansehen, die besonderen Probleme und die Schwierigkeiten, in denen die Armenier seit einiger Zeit stecken, dass wir so etwas auch transportieren nach Westeuropa zu ihren potenziellen Partnern. Denn wir haben leider feststellen müssen, vieles wird gar nicht gewusst. Die Situation für Armenien ist außerordentlich schwierig und viele Details sind in Westeuropa nicht bekannt. dass wir so etwas über dem und die Teilnis kommen, wie wir die Menschen in der Mitte der Welt sind. Aber wir haben die ersten Hirn im Land. Wir haben die Leute, die Inhalt sind. Die Menschen, die Menschen in Deutschland und die Inhalt von Österreich gewonnen haben, die Menschen in der Welt wir, die in Deutschland sind, die Menschen in den Land von Österreich, in der Welt. Sehr oft haben uns und mich persönlich, politische Partner in Deutschland, in der CDU, einer Partnerpartei der Republikanischen Partei Armeniens, angesprochen und häufig gefragt, was denn nun eigentlich die Hintergründe sind und warum es manchmal nicht so einfach ist zu verstehen, also warum die Armenier in einer außerordentlich schwierigen Situation sind. Und es war leider so, dass wir festgestellt haben, dass vieles einfach nicht gewusst wird. Und deshalb ist es für uns eine außerordentlich wichtige Aufgabe, wie ich schon betont habe, sozusagen die Armenier oder die Probleme, die das Land hat, überhaupt erst mal zu erläutern. Wir haben beispielsweise vor kurzem mit den Armeniern, mit dem Büro des Katholikos und mit dem Museumsdirektor im Echmiadzin gemeinsam eine Ausstellung gestaltet, eine Ausstellung, wo man auf sehr, sehr eindrücklichen Bildern, Kirchen, Klöster und Einrichtungsspuren, die christlichen Spuren Armeniens darauf sehen kann. Und wir haben vor, diese Bilder auch in einer anderen Form noch zusammenzubringen und sie Interessierten in Westeuropa zu geben, weil viele gar nicht wissen, was dort sozusagen die Grundlage auch des Selbstverständnisses der Armenier ist. Vielen Dank. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich auch persönlich bei Herrn Präsidenten zu bedanken, weil einfach, wenn ich nochmal rekapituliere, wie wir hier begonnen haben, in Armenien zu arbeiten, also im März 2008 wurde er der Präsident der Republik Armenien. Ein paar Monate später konnten wir hier in Armenien, in Jervan, ein Büro eröffnen und kurze Zeit später wurde das offiziell registriert. Und wir als Konrad-Adenauer-Stiftung haben seither hier erstklassige, ganz hervorragende Arbeitsbedingungen. Ich betone das deshalb, weil das keine Selbstverständlichkeit ist. Herr Präsident, ganz herzlichen Dank dafür auch ganz persönlich, dass Sie die Grundlagen dafür geschaffen haben, dass wir als Konrad-Adenauer-Stiftung hier in Armenien arbeiten dürfen und dass wir so hervorragende Arbeitsbedingungen haben. Die Idee und auch die Konzeption für diese Veranstaltung heute und morgen ist ja darüber zu diskutieren, wie Ihre Partei sich weiterentwickelt, aber ich verstehe das auch so und ich glaube, so haben Sie das auch gemeint, wie dadurch Armenien weiterentwickelt wird und dass Ihre Partei sehr, sehr offen dafür ist. Das kann man beispielsweise daran erkennen, dass nach den Gesprächen heute Morgen beispielsweise auch Experten da sind, zum Teil international sehr bekannte Experten, die Sie beraten wollen, die also nicht unmittelbar ausschließlich aus dem Umfeld der Republikaner kommen. Und das zeigt, dass ein großer Wille da ist, nicht für Erneuerung, sondern für Entwicklung. Und das ist für uns natürlich ein wichtiger Anlass, Sie dabei zu unterstützen, indem wir diese Tagung etwas mit unterstützen. Und ich wünsche Ihnen großen Erfolg dabei und versprechen nochmal, wir als Konrad-Adenauer-Stiftung, wir stehen an Ihrer Seite. Vielen Dank. Ich bin der Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, viel Erfolg bei dieser Tagung. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin der Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren.